Für alle Leute, die jetzt noch fragen, wann kommt der nächste Livestream? Ja, äh, wenn ich gepackt habe. Da ich am Dienstag in meine neue Wohnung ziehe, habe ich leider momentan ein bisschen Stress. Und daher, äh, ja, es tut mir leid. Ich versuche am Wochenende nochmal zu streamen. Bye!